Eine Zahnaufhellung ist ein beliebtes Verfahren, um ein strahlendes Latschellen zu erlangen. Viele Menschen entscheiden sich F1,25R eine professionelle Zahnaufhellung, entweder beim Zahnarzt oder mit einem Hausmittel, um ihre ZA nie aufzuhellen und Werffarbungen zu beseitigen. Doch wie wäre lauf der Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung? In diesem Video werden wir A1,25R den Heilungsprozess nach einer Zahnaufhellung sprechen und ihnen wertvolle Informationen geben, wie sie sich am besten um ihre ZA nie nach der Behandlung K1 Viertel mehr nennen. Zu einer CHST einmal ist es wichtig zu verstehen, dass der Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung je nach Art der Behandlung und der Empfindlichkeit ihrer ZA nie variieren kann. In der Regel kann ihnen sie jedoch mit einigen allgemeinen Schritten einen schnelleren und effektiveren Heilungsprozess FAR nennen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten. 1. Schmerzen und Empfindlichkeit Es ist wahrlich normal, nach einer Zahnaufhellung eine gewisse Empfindlichkeit und Schmerzen zu erleben. Dies kann durch die chemischen Substanzen verursacht werden, die während der Behandlung auf ihre ZA nie aufgetragen wurden. Sie kann ihnen diese Symptome jedoch lindern, indem Sie spezielle Zahnpasten FA 1,25R empfindliche ZA nie verwenden und Haiei oder kalte Lebensmittel und Getrainke vor ein Viertel Bärgen vermeiden. 2. Ernährung Nach einer Zahnaufhellung ist es wichtig, auf Ihre Ernährung zu achten, um den Heilungsprozess zu FAR nennen. Vermeiden Sie es, dunkle Getrainke wie Kaffee, Tee oder Rotwein zu konsumieren, da Sie dazu FA 1,25R nennen, dass Ihre ZA nie wieder Werfer-RBT werden. Stattdessen sollten Sie auf eine gesunde Ernährung achten und viel Wasser trinken, um Ihre ZA nie sauber und gesund zu halten. 3. Mundhygiene Eine gute Mundhygiene ist entscheidend FA 1,25R einen schnellen Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung. Putzen Sie Ihre ZA nie regelmaeich und GA 1,25R ländlich, um Plagg und Werffarbungen zu beseitigen. Verwenden Sie auch Zahnseide und Mundwasser, um Ihre ZA nie und Ihr Zahnfleisch sauber und gesund zu halten. 4. Nachsorge beim Zahnarzt Nach einer Zahnaufhellung ist es wichtig, regelmaeige Termine bei Ihrem Zahnarzt zu vereinbaren, um sicherzustellen, dass Ihre ZA nie gesund sind und der Heilungsprozess wie erwartet werlauft. Ihr Zahnarzt kann Ihnen auch spezielle Tipps und Empfehlungen geben, wie Sie Ihre ZA nie nach der Behandlung am besten pflegen kann. Insgesamt ist es wichtig, geduldig zu sein und den Heilungsprozess nach einer Zahnaufhellung ernst zu nehmen. Indem Sie die oben genannten Tipps befolgen und auf Ihre Mundhygiene achten, kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre ZA nie strahlend und gesund bleiben. Denken Sie daran, dass jeder Genesungsprozess individuell ist und die Erholungszeit je nach Person variieren kann. Wenn Sie jedoch weiterhin Schmerzen oder Probleme haben, zahl gern Sie nicht, Ihren Zahnarzt zu konsultieren, um weitere unterste Einviertelzungen zu erhalten. Insgesamt kann gesagt werden, dass der Genesungsprozess nach einer Zahnaufhellung je nach Art der Behandlung und der Empfindlichkeit Ihrer ZA nie variieren kann. Es ist wichtig, geduldig zu sein und die oben genannten Tipps zu befolgen, um einen schnellen und effektiven Heilungsprozess zu farren. Denken Sie daran, dass eine gute Mundhygiene und regelmaheige Nachsorge beim Zahnarzt entscheidend sind, um sicherzustellen, dass Ihre ZA nie gesund und strahlend bleiben. Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zahl gern Sie nicht, Ihren Zahnarzt zu konsultieren, um weitere unterste Einviertelzungen zu erhalten. Untertitelung des Zahnarzt